Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Fabrice Elsinger hier wieder. So. Und zwar mit Pixelgun 3D in der Story. Und, jo, dann machen wir weiter. Lüfteln, geht zurück, da ist keine Motherfucker. Ja. Cool. Sollte sie auspassen. Das geschieht doch einfach. Ich bin entdolllich hier nicht. Wohl mit Salzopfen genauso wenig. Genau. Genau. Hier für den der es noch nicht weiß. Warte. Oh, ähm. Für den der es noch nicht weiß. Der hier ist unser Portal. Und ist man woanders. Okay. Fragment! Wiebe! Wiebe! Auf den Griff! Wunder, was geht. Ach ja, noch drei Gegner sind da. Sie müssen anfangen. Jetzt fangen wir ihn auf. Ich müsste wieder einen scheiß Fuckin Bursen. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Auf in deine Zähne du Matterfucker! Rein in die Zelle, habe ich gesagt. Du scheiß Wichser. Alter. Wie will denn der aus? Jetzt. Oh, geile Waffe. Alter. Oh, Alter. Dies nice. Das sammle ich gerne. Hier habe ich Schaden bekommen. Hm. Oh, so. Oh, der Park. Als in dem Park hatte, wo er klein war, den hatte er immer, wo er noch ein Kind war, gemocht. Und ja. Ich denke mal, er könnte auch ein bisschen... Was? Nein, er hat er nicht. So. Alter. Alter, Slenderman, fick dich. Bis hier ist das Slenderwald. Ja, wo ist er denn? So, erst mal noch sehr schön. Milzesüger. Hier drin kommen wir schon hier. Oh, da ist er schon. Alter, hau ab! Genau so. Alter, habe ich gerade einen Stock bekommen. Das würde ich schaffen, ohne Schaden. Dann. Die Wiese bin ich nochmal hier reingegangen. Ist totaler Schaden. Äh, halt. Fick dich. Oh, was tot ist, ne? Scheiße. Fick dich. Biss. Biss! 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 Ja, da kommt auch was! Ich wette, da kommt gleich was an die Ecke. Oh, ne, doch nicht. So, friss meine Schorze. Schorze im Sinn. So. Alter. 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 Das kam da aber gerade eh noch nicht drauf. Hab ich jetzt wieder am Anfang. So. Ähm. So, noch eins. So, noch eins. Alter. Alter. Ja, das ist ein Schlafsäckchen. Ach, Alter. Hau ab. So, noch eins. So, noch eins. Schlafsicken? Naja, jeder sehen keine. Ich gehe aber auf der Luft, aber ganz schön langsam. Hier siehst du halt nix. Wunder Wichser. Oh, hier ist man richtig dichter Wald. Oh, fuck, Alter. Äh, hei. Oh. 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 Alter, komm doch raus, ihr Scheißdreckspissen. Alter, na endlich, danke, als Geschenk bekommst du den Tod und du der Letzte. So, jetzt geht den Boss, ja, jetzt killt er mich wahrscheinlich so von hinten. So, wie man es halt als Gentleman macht. So, das war's dann für heute. Jo, nur eine Sache, Mann. Ja, das war's dann für heute. Pixel Gun 3D, merken. Ich würde mich freuen über ein Abo und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Und schreibt in die Kommentare, was ihr gern für Spiele sehen würdet. Dann zeige ich für Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.